Willkommen zu einem neuen Video, auf die Karte kommt die Pur. In diesem Video kurz Türchen Nummer 6, das Nikolaus-Türchen. Mal gucken, das sind ja drei Karten, glaube ich. Mal gucken, was wir in Türchen 6 haben. Und in Türchen 6 haben wir einmal Maskotching-Karte Jünter. Jünter. Und Flip Mladenowitsch. Und ich dachte immer, da wären drei Karten. Oder haben die das schon wieder geändert? Das kann sein, dass sich das wieder schon wieder geändert haben. Das ist jetzt beim 24. nur vier Karten oder so drin, ich weiß es nicht. Naja, dann auf nächstes Mal ist morgen Türchen Nummer 7. War wieder nicht wirklich was Besonderes, aber wenigstens noch mal die Maskotching-Karte geklappt war. Aber dann bis zum nächsten Video. Ciao.